Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer neuen Minecraft-Map zusammen mit Tobias und Tabea. Oh, ich stehe ganz schön da aneinander. Das war ein bisschen kompiert. Ja, bitte Abstand halten hier. Und wir dürfen auch nicht zu dritt unterwegs sein. Aber das passt ganz gut, denn bei der Map hier müssen wir Schokoladentafeln sammeln. Und wer am Ende der meisten Schokolade hat, hat gewonnen. Und es gibt 35 Tafeln insgesamt. Und das ist wohl ein Freizeitpark. Hat Tabea wieder rausgesucht. Gut gemacht, Tabea. Gut gemacht, High Five. Ich bin die Produktivste von allen und such nach Maps. Also, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ja, die Maps sieht riesig aus. Ich weiß nicht, ob wir alle Schokoladentafeln finden. Notfalls hören wir nach. Ich weiß nicht. Wollen wir irgendein Zeitlimit setzen? 40 Minuten oder so, dass wir da spätestens aufhören? 45? Ja. Ich wollte heute noch schlafen gehen, Mann. Okay, 45 Minuten anscheinend. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir besser schnell an. Okay, let's go. So, du hast das Kart so ultra laut oder was? Ist das schon erstattet? Ich weiß nicht mehr, wie die Schokoladentafeln aussehen. Ich auch nicht. Sind die in Kisten? Wie finde ich die? Darf ich jetzt anfangen? Anscheinend, ja. Ich weiß auch nicht. In den Kisten. Also, ich kann euch kurz zeigen. Ich habe so viele Ofen. Okay, ja. Ich kann gar keine Schokoladentafeln anaufgeben. Okay, ja. Also, sie sind auf jeden Fall in Kisten. Ja, komm zurück. Komm zurück. Hier, Tobi, so sieht es aus. Da. Ah, okay. Nice, wir fangen an. Ryan. Nein, hier. Als ob du schon direkt eine gefunden hast. Ja, war hinterm Haus. Dürfen wir jetzt? Ja, 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 let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Äh, nein. Wartet noch nicht. Ich darf schon losrennen, aber ihr noch nicht. Stopp. Geh direkt in den Heulabyrinth rein. Ich hoffe, da ist Schokolade. Wehe, hier ist keine Schokolade drin. Oh, schade. Ich wollte ins Heulabyrinth. Oh, ich habe auch nichts. Ich wollte eigentlich nicht ins Labyrinth, um ehrlich zu sein, weil ich hasse Labyrinth. Ich bin so schlecht. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Oh, ich liebe das. Junge, das ist riesig. Aber überleben die denn, sind die Sachen denn eigentlich auf dem Boden oder nicht? Ich cheate. Ich cheate das halt irgendwie nicht. In der Kiste. In der Kiste? Ach, so Kisten. Okay, okay. Ja. Ich cheate beim Labyrinth. Jedes Jahr gehe ich mit meiner Familie in ein Maislabyrinth. Jedes Jahr. Oh, war ich noch nie. Würde ich echt gerne machen. Äh, nee, ich war tatsächlich noch nie in sowas drin. Aber ich würde mich auch verlaufen direkt. Lass mal zu dritt irgendwann, wenn Corona und so irgendwann irgendwann vielleicht mal weg ist. Das vlogge ich. Oh, ja. Die wir verloren gehen. Ja, bin bei mir ehrlich, 24 Stunden. Oh, ich habe zwei Tafeln direkt gefunden. Oh, kacke, das ist ein Jump Run. Oh, nein. Oh, nein, ich will das Jump Run. Wie viel habe ich schon? Ich habe 30. Ja, wahrscheinlich. Wenn du 30 hast, ich habe zwei. Rhyme, vielleicht du? Ich habe zwei. Dann müssen wir noch eine finden. Könnt ihr euch mal ein bisschen ins Zeug legen? Was soll das? Ja, ich will nicht so gut in Sachen finden. Ich werde das safe verlieren. Ich bin halt gerade überhaupt nicht gut in diesem Jump Run. Ist okay, ich bin immer noch im Labyrinth. Also von daher wäre es auch unfair, wenn du schon weiter wärst. Oh, nee, jetzt sag mir nicht, ich bin beim gleichen Jump Run wie Tabea. Ach, nein, ich sehe dich. Warte, vielleicht kann ich dich aufholen. Jetzt geht es ums Eingemachte hier. Wer wird zuerst das Ding bekommen? Ich dachte, die Map ist doch riesig. Wie bin ich hier auch einmal hingekommen? Das Jump Run macht Sinn, Ryan. Weißt du, warum? Warum? Äh, so kommt man nur hier raus. Oh. Heißt es, ich habe mich jetzt gerade selber gefangen? Ja, tschüss. Ach, nee. Ich dachte, da ist noch eine Schokoladentafel und ich kann dich jetzt aufholen. Dachte ich auch, ist es aber anscheinend nicht. Was ist das denn? Und die Kiste hast du unten mitgenommen, ne? Warum habe ich denn das Jump Run jetzt gemacht? Hast du die Kiste unten mitgenommen? Aber das ist ja richtig... Ja, unten habe ich, aber da oben keine. Warum habe ich das Jump'n'Run gemacht? Das ist ja richtig kritisch. Das habe ich noch mal aufgehalten. Hey, man kommt doch auch so hier raus. Ich habe eine Schokoladentafel. Ja, ja. Ist in den Höhlen etwas? Eigentlich. Ich glaube nicht, weil ich warte in der Höhle und es sah falsch aus. Oh. Ich habe ein neues Jump Run. Och nein, die Kiste hatte Tabea schon. Ey, ich dachte, ich bin krass. Ey, das ist jetzt einfach richtig wack, weil jetzt bin ich hier unten und kann nicht weitersuchen, weil man hier nicht mehr rauskommt. Äh, ist das eine... Ist das eine Höhle, die von Minecraft generiert ist? Ja. LOL. Was soll das denn? Ich kann hier nur noch weiter runter. Hier ist Eisen und all sowas. Gut. Ups. What? Ups. Ach, hier war Tobias drin, oder? Ne, das ist einfach ein Loch, wenn man da reinfällt, hat man verkackt. Es gibt mehrere Höhlen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, warum er die nicht zugemacht hat, oder ist das so sneaky und da musst du eigentlich doch hin? Toll, Rein, jetzt komme ich gar nicht mehr hoch. Jetzt bin ich bei euch ja. Da wollte ich ja gar nicht sein. Hä? Toll. Einfach auch eine Höhle? Alle Kisten, die ich gefunden habe, außer die eine, waren Kisten, die Tabea schon vorher hatte. Das gefällt mir nicht. Kisten Achterbahn. Ich kann nicht... Ich kann nicht Achterbahn fahren. Ach nein, es fährt ohne mich. Rein hat Kindheit, Rein hat K-Touch Flashbacks. Hä? Das fährt in die andere Richtung, als ich es wollte. Shit. Ja, lass mich auch fahren. Egal, Achterbahn. Scheiße auf die Schokolade, ich fahre Achterbahn. Funktioniert nicht. Warte, vielleicht muss ich doch in die Richtung. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Also, ich habe mittlerweile 60. So viel gibt es dir ja nicht. Ja, dann hast du mehr, als es eigentlich gibt. So ist ja krass. Ich schüttel mir die einfach aus dem Inventar, oder? Also, ich habe drei Stück. Ich habe zwei, aber ich fahre Achterbahn. Von daher ist es okay. Echt, ihr Loser. Ja, warum nennst du mich Loser? Weil ich Achterbahn fahre? Und du weniger Schokolade hast, als wir? Ne, ich habe mehr als das Doppelte, als ihr beide. Wie viel hast du? Fünf. Äh, soll ich den Triodos mal auf Friendly setzen? Weil ich glaube, die Monster sollen eigentlich gar nicht sein. LOL! Ich habe drei jetzt. Oder wollte ich Monster haben? Äh, ne, packt ihr gern weg. Wie mache ich das? Keine Ahnung. Ja, die Creeper sollen da mich hier nicht sein. Wie macht man das jetzt, Leute? Warte, ich gehe nicht auf die Achterbahnfahrt. Ja! Oh! Okay, ja, jetzt ist es vorbei. Aber die greifen gar nicht an. Die Monster. Also, man kriegt auch ziemlich wenig Schaden von denen. Oh Gott, die greifen doch an. Dann spielen wir einfach mit Monstern. Easy. Einfach nicht sterben. Ist doch eine extra Challenge. Meint ihr, ich kann auch die Schokolade essen? Habe ich schon getestet. Geht nicht. Schade. Ja. Nee, ist eigentlich... Hättest schon ein bisschen Hunger drauf. Ja, ich hätte auf jeden Fall verloren direkt. Ich hätte direkt alles aufgegessen. Wieso finden wir die letzten Tafeln nicht so? Ach so. Ja, die hatte ich, aber... Aber irgendwie hatte ich Hunger. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Oh! Hä? Ich finde eine Kiste und da ist einfach Gold drin. Ich habe einen Goldbarren. Was soll ich denn damit? Das ist meiner, den habe ich da gelassen. Mich verfolgen Mini-Zombies. Das ist gut, Zombies. Lenkt sie ab. Oh mein Gott. Ich hole mir gleich ein Dia-Schwert. Nee, das ist cheaten. Sagst du ganz ehrlich, ne? Aber hier ist auch ein Enderman oder sowas, ne? Das wird langsam ein bisschen... Ah, den Enderman einfach nicht angucken. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, ich werde hier einfach sterben jetzt gleich, denke ich. Bei die Pferde. Also bei mir ist alles easy. Ey! Du konntest nicht einfach eine Dia-Chessplate geben. Ach so, du hast die Tobias gegeben. Ey! Du konntest nicht einfach... Tobias eine Dia... Ey! Du konntest nicht einfach euch nicht. Ich gebe jedem. Ich glaube, ich bin wieder außerhalb der Map, Leute. Also irgendwie sind hier... Ey, du konntest nicht nur die Dia-Chessplate geben. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat. Doch, kann nicht. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat, aber er sollte es nicht so bauen, dass man einfach so in normale Ölen rein kann. Ah, da ist eine Kiste. Jawohl! Ich habe jetzt auch fünf. Ich hole auf, Tabea. Es geht um Schokolade suchen und ich verliere. Das kann nicht sein. Was ist das hier? War ich hier schon? Ja, ich habe immer noch am wenigsten. Ja, ja, sieben. Ja, wow, jetzt hast du mich überholt. Ach, hast du auch sechs, Tobias? Ja. Okay, da sind wir wenigstens gleich auf. Dann bin ich nicht mehr ganz hinten. Das ist gut. Also, ich bin immer noch ganz hinten, aber wenigstens mit dir. Okay, hier war nichts drin. Dann war hier anscheinend schon jemand. Ja, ich war schon überall. Ist das gut zu wissen? Wo bist du denn gerade? Weiß ich nicht, bei so einer Farm. Ah, ja, war ich schon. Ah, ich war ehrlich gar nicht bei der Farm. Da bin ich auf einem Weizenfeld rumgesprungen, damit ganz viel kaputt geht. Dann muss ich da also nicht mehr nehmen. Ich habe tatsächlich nichts gefunden auf dem Weizenfeld. Vielleicht ist da noch was. Locker ist da noch was. Ja, guck besser nach, Tabea. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Jawohl, kann man hier durchfallen? Oh, kann man was? Wenn man hier runterfällt? Ah, kann man doch nicht. Erzähl, verrottetes Fleisch auch. Also nicht. Nee. Ja, ist genau das gleiche, Tobias. Verrottetes Fleisch oder Schokolade? Da schmeckt man keinen Unterschied. Bestimmt gibt es auch irgendwo so richtig schlecht in so einer Baumkrone einfach eine Kiste. Weil ich gucke nie auf die Bäume. Ich gucke nur auf den Boden die ganze Zeit. Du warst auch in der Scheune drin, oder? Ich habe ein Herz. Da, Game of Tobias. Stib nicht. Danke. Jetzt kann ich richtig rundfliegen, ihr Loser. Spaß. Okay, warte. Wir haben 20 Schokolade bis jetzt, ne? Ja. Das heißt, es gibt noch 15 Tafeln. Das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich eine von den Höhlen gefunden, wo, glaube ich, Tobias immer drin war, wo es nicht weitergeht. Ich gehe aber trotzdem mal durch. Vielleicht geht es ja doch weiter. Wahrscheinlich nicht. Aber ich muss auf Toilette. Das ist jetzt blöd. Schade, da musst du wohl gehen. Bis gleich. Ne, ne, ne. Doch, doch, mach ruhig. Ich finde da noch Schokolade. Ich habe Schokolade gefunden. Hä, das verstehe ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Ich dupliziere Schokolade. Wie? Du Cheaterin. Ich habe einen Schokoladen-Dings gefunden. Ah, ne, jetzt. Das backt bei mir rum. Es war gerade nämlich 6 und 3, aber ich hatte ja nur 5 und 2, weil die sich irgendwie nicht stapeln. Und jetzt ist es 5 und 3. Also, ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Du hackst halt. Ich finde nie wieder raus. Ich habe Steinsachen. Steinzeit, hey, Ryan. Hm. Die sind ja nur neidisch, weil ihr habt nur gecheatet in Dias da. Ich habe noch mehr Schokolade gefunden. Ich hänge immer noch in der Höhle fest. Darf ich mich zu wem von euch TP'n? Zu Tobi. Erstmal so ran von einem Baum stellen. Hallo. Ah, hier war ich vorhin. Oh. Sorry, wollt ihr nicht reinschubsen. War ich nicht. Ich bin nur auf Toilette. Ja, dann geh. Nein. Doch. Dann gewinnt ihr. Nein. Wir haben nur noch 20 Minuten Zeit, Tabern. 20 Minuten finden wir nichts. Geh ruhig auf Toilette. Nein, niemals. Ich muss gewinnen. Ich muss die Nummer 1 sein. Gewinnt leider sowieso, glaube ich. Mach mehr Schokolade. Wie? Toilette war ehrlich schon jemand. Was für ein Trash. Was sage ich? Ich dachte so, vielleicht am Rand lauft ihr nicht so lang. Doch, ich laufe seit 10 Minuten am Rand entlang. Gut, dann laufe ich hier nicht mehr lang. Ich war noch nicht am Rand. Wie viel hast du, Ryan? 7. Pobi? 8. Und ich habe 10. 25? Ja. Also 10 Tafeln gibt es noch. Oh mein Gott, ich bin voll gut im Kopf rechnen. Nachher ist das so falsch. Ich habe eigentlich einen easy Trick angewandt, weil 10 plus 8 sind 18 und wenn du 2 auf eine 8 zurechtest, sind 20 und dann bleiben von einer 7 nur 5 übrig. Ist eigentlich... Also ich habe es ganz simpel gemacht. Ich habe 10 und dann weiß ich, dass 7 plus 7 14 sind und dann ist noch einer drauf. Achso, nee. So habe ich gar nicht im Kopf gerechnet. Ich habe gar nicht gerechnet. Jawohl! Ich habe 8. Toll, dass du die Kiste gewinnst. Hey, lol. Ich habe 10. Oh, ich habe 9. Ah, hier war ich überhaupt noch nicht. Also das war der Anfang, aber den Anfang habe ich seit dem Anfang nicht mehr gesehen. Ich habe aber noch Stellen gefunden, wo ich tatsächlich noch nicht war. Ich habe den Anfang in der Mitte von hinten manchmal nicht betrachtet. Ach, lol. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, Tobias. Das gucke ich mir direkt an. Ah, hier war ich doch schon, oder? Ja. Och, hier war auch schon jemand von euch. Könnt ihr bitte aufhören? Sorry, ich bleibe AFK stehen. Weißt du, wie das nicht passiert, Tabea? Wenn du einfach auf Toilette gehst. Ich gehe nicht auf Toilette. Was jetzt schön wäre, wäre so richtig schön Wasser trinken. Denk drüber nach. Nein, kannst du Wassergeräusche imitieren? Leider nicht, aber warte. Ich kann mein Wasser leer trinken und dann mit dem Strohhalm so lange dran ziehen, bis es Geräusche macht. Moment, da ist noch ein bisschen Wasser drin. Das ist gut. Gut, dass ich nichts höre. Ah, jetzt. Kacke. Ja, du musst noch leer trinken. Ich musste axen, da war noch eine Menge drin. Dein Schlürfen hat mich aus vom Server gekickt. Okay, mehr kann ich nicht schlürfen, weil jetzt ist wirklich gar nichts mehr drin belastend. Lol. Schlürfen zu OP? Ich habe auch neun, Tobias. Willkommen im Club. High five. Verdammt. In dem Haus. High five. High low five. Äh, nee. Ah, Spinnen. Oh, jetzt wollte ich noch trinken auf Toilette. Weißt du, was denn passiert? Also, ich schwimme gerade im Wasser. Oh. Ja, ich schwimme gerade auch im Wasser. Psychologische Fringste, irgendwie Rhyneu betreiben. Und es regnet, ne? Ja. Oh. So schön, regnerischer Tag im Wasser. Och, nee. Ja, dann kannst du jetzt auch auf Toilette gehen. Nein. Fabéa, beschreib mal dein Badezimmer. Dusche, Toilette, kleine Badewanne. Wie klingt dein Wasserhahn? Plätscher, Plätscher, Plätscher. Genau. Tröpfel, Tröpfel. Wie soll man Wasser beschreiben? Weiß ich nicht. Sag, du es mir. Das ist schon eher nass oder trocken. Feucht ist es. Feucht, okay. Kennst du dieses Gefühl, wenn ihr den ganzen Tag so richtig dringend auf Toilette musstet und dann geht ja endlich was. So erleichternd. Ja. Kenn ich. Das kenn ich, wenn ich auch einen langen Schultag habe und mir so denke, ich muss auf Toilette gehen. Können wir bitte nicht, können wir da jetzt das Thema haben? Das ist so langsam weird. Ich geh'n raus. Ryan, Tobi. Habt ihr gesehen? Ryan? Ja. Ryan! Was ist das hier? Das muss doch hier was zu bedeuten haben. Also mir klappt es auf Toilette geben, ne? PvP-Better oder was? Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Nein, jetzt mach's nicht weird. Ich hab mich mit meinem Schwert geschlagen. Oh, da hast du mir so geschenkt. Ich hab PvP gemacht. Ryan, ihr wart offensichtlich in Schokoladentruhe und keiner hat sie von uns gesehen. Oh mein Gott. Jetzt hab ich 13. Ja, da war ich gar nicht. 12? Ja, das ist das Jump'n'Run hier, wo wir waren. Also, ja gut, da bin ich direkt weggegangen. Da wurde ich ja, ja, 30 haben wir dann jetzt. Noch 5 Tafeln gibt's nur noch. Oh, verdammt. Immer noch 11 Minuten, ne? 11 Minuten, 5 Tafeln. Let's go! Es ist gut, dass ich eigentlich quasi im Prinzip gerade Minecraft normales Survival spiele, weil hier gerade 30 Juni-Sorbis sind und man gar nichts besuchen kommt. Tobias, sag Bescheid, wenn du den Enderdrachen gefunden hast. Ich hab ein Ender-Auge. Wer spielt als erstes Minecraft durch? Ja, aber auf der Map hier. LOL! Der Enderdrache ist doch auch eine Schokotafel. Der habe ich noch gar nicht gesehen, den Wasserfall. Aber ihr wart da schon, oder? Ja, den habe ich schon gesehen, ja. Keine Ahnung, den Wasserfall habe ich glaube ich nicht gesehen. Hast du den gelootet? Nee, Wasserfall, das ist außerhalb der Map wieder. Äh, nee, tatsächlich war der nicht. Jetzt stimmt, danach geht der außerhalb der Map, aber hier war eine Kiste. Echt? Ja. Da war was drin? Ja, eine Tafel Schokolade, ich habe 10 jetzt. Auch, habe ich nicht gesehen. Kein Ding, ist gut für mich, weil jetzt habe ich glaube ich mehr als du, oder? Ja, jetzt bin ich zweiter wenigstens. Ich mache gerade den Cheater-Modus, ich laufe im F5-Modus dadurch, ne? Habe ich auch gemacht. Ich glaube, wer das macht, Leute. Er hat mal ein bisschen was. Machst du doch auch, Junge, gibst zu. Nee, mach ich nicht, ich moin nicht. Ja, aber kannst du gerne machen, weil, ähm, hier ist nichts. Ah, hier war ich doch auch schon. Hab mich verlaufen im Mariborin, ich komme dir wieder raus. Aber ich dachte echt nicht, dass du so smart bist, Ryan, und im F5-Modus hier durchrennt. Meinst du das sogar noch? Ich meinte, ich cheate. Hörst du mir nicht zu, oder was? Ich dachte, diese Freunde, oh, du hörst mir gar nicht zu. Immer geht es um dich, dich, dich. Wow. Nie um mich, mich, mich. Ryan, für mich dreht sich die ganze Welt nur um dich. Ich möchte kurz anmerken, dass ich normal durch dieses Labyrinth durchgelaufen bin. Beim ersten Anlauf. Gut Job, aber bist du auch an der anderen Seite rausgekommen oder an der gleichen, wo du reingegangen bist? Nee, an der anderen Seite. Oh, nicht schlecht. Ja, dann geh jetzt. Tabea gewinnt nachher die Challenge, aber hat sich auch in die Hose gemacht. Das war's. Das hat ja gar nicht mehr passiert. Nee, es ist ja, schenke ich dir zum Geburtstag Windeln für die Aufnahmen. Aber wachsenwindeln bitte, ne? Ja, natürlich. Ich renne nur noch im Kreis und das mag ich nicht. Oh mein Gott, ich muss immer dringend auf Toilette. Tabea, Mann, wie oft willst du das noch sein? Dann geh doch einfach. Wir warten sogar. Bitte. Aber ich möchte das nicht mehr hören. Dann geh einfach. Ich warte, ich bleib stehen, wenn du möchtest. Ich mach nichts. Versprochen? Ja, versprochen. Tobi, du auch? Ich sterbe, wenn ich nichts mache. Ich werde gechased. Aber dann läuft die Zeit gleich, also die wird gut geschrieben. Okay. Okay, ich geh ganz schnell. Okay, ich renne noch irgendwo hin, wo ich safe bin. Hier passt bestimmt. Okay, Tobi, ja schnell, schnell, schnell. Na, Spaß. Sollen wir cheaten und einfach weitermachen? Okay, let's go. Ich bin wieder da. Okay. Ich hab gerade einen Bug entdeckt, glaube ich, hier. Ah! Jetzt ist auch ein Zombie da. Okay, los geht's. Ich glaube, du warst schon auf dem Karussell, ne? Ich kletter trotzdem nochmal hoch. Sicher, sicher. Irgendwie Karussell, ne? Ich kenne das ganz legal. Oh ja, mein ich ja. Was ist? Ich kann ganz legal fliegen, Leute. Als ob du so einen Flug-Potion gefunden hast. Ja. Oh, hier sind ja richtig Luftballons in der Luft. Ah, dafür ist das da. Ah, lol. Oh Gott, sind da Kisten? Ich weiß es nicht. Let's go. Ja, wahrscheinlich nicht dann. Das such ich mir jetzt. Oh, ich kann nicht so lange fliegen. Das ist ein bisschen kritisch. Ja, man muss die besser schnell finden. Ja, ich gebe mein Bestes. So, zack. Aber ich fliege so langsam. Ich fliege so wichtig, so nimm mal. Also, man fliegt immer. Ja, wo soll denn hier eine Kiste dann sein? Ah, lol. Was für eine Tiefe. Das ist eine schöne Aussicht hier oben. Es kann sein, dass ich einfach aus der Luft fliege, ne? Leute, das war's da mit mir. Ah, mein Gunpowder. Toll, wie komme ich denn jetzt wieder hier runter? Ich bin jetzt weg, Leute. Ciao. Nein. Ah, ich warte. Oh mein Gott. Gut, dass du dich eingestellt hast, dass man sein Inventar behält, ne? Ja, aber jetzt muss ich dich trotzdem wieder TP'n. Nix war da. Einfach eine einzige Enttäuschung. Ich kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr klar, wie ich war. Überall. Ich bin durch. Ich sehe nur noch Kürbisse und Monster und euch. Das war's. Ich sehe nur noch Schokolade. Überall Schokolade, Schokolade, Schokolade. Die Bäume sehen auch aus wie Schokolade. Trauriges, ich kann die Schokolade nicht mal essen. Oh, was ist das für eine Höhle hier? Sieht nach einer Tobias-Höhle aus, wo du schon drin warst. Wo so eine Zombie-Armee ist, die dich jetzt vermisst wahrscheinlich. Weil ich dir Gamehook gegeben habe und rausgeflogen bist. 100%ig. Die gucken mich alle so an. Wo ist Tobias? Wo ist Tobias? Äh, ist das Tobias? Man streamt Tobias wieder. Oh, ein Baby. Baby-Fan von dir. Wo ist Tobias? Wo ist Tobias? Ich habe eine super Idee, Leute. Lasst uns noch 20 Minuten mehr draufhängen, damit wir noch frustriter sind und ich noch mehr schneiden muss. Ja, gute Idee. Aber wie wäre es dann, wenn wir einfach die letzten zwei Minuten in den Game-Od bin und dann einfach den Rest versuchen, Krampfers zu suchen? Wie wäre es, wenn wir einfach mit TNT alles wegsprengen? Was ist das hier für ein Block? Oh, Tabea, singt in der Aufnahme. Daran merkt man, dass wir schon lange in der Map sind. Ich habe irgendwie gerade Lieder in meinem Kopf gemixt. DJ! Du meinst Big Shoko Swagger an meiner Seite? Jetzt auf Spotify? Ja. Geil, Ryan, jetzt hast du hier werge gemeint. Tobias! Ja, Ryan. Wer ist eigentlich dein Lieblingsmusiker? Dein Lieblingskünstler? Mein Lieblingsmusiker? Gut, dass du es fragst. Ja. Das ist Big Shoko Swagger. Big Sh... Wer? Kenne ich nicht. Kannst du mir mal mehr erzählen? Wer ist das? Das kann ich gerne tun, Ryan. Big Shoko Swagger ist ein ganz außergewöhnlicher Neuaufsteiger auf Spotify. Krass. Hat nämlich schon mit seinen ersten Hits direkt 100.000 Streams erreicht. Heftig. Und ist jetzt gerade... Neue Single-Release hat er auch gerade, sehe ich gerade. Nein. Heftig, oder? Und man muss einfach nur auf YouTube oder Spotify Big Shoko Swagger eingeben, um den zu finden? Ja, genau. Das ist ja lustig, der hat ja auch Shoko im Namen. Das passt ja zu dem Level hier. Ja, voll. Nice. Das hätten wir vielleicht am Anfang des Videos machen müssen oder nicht am Ende des Videos machen müssen. Kannst keiner das Video gucken? Ja, egal. Da kannst du auch gucken. Am Anfang noch mal reinschreiben. Das ist okay. Ey, ich werde verrückt. Ich sehe keine Kisten, keine Neuen. Und ich sehe auch keinen von euch. Ich fühle mich einfach alleine, einsam und verlassen. Noch eine Minute. Noch 20 Sekunden. Oh mein Gott. Nein. Tabea, nein. Du hast aber leider nur noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Und... Ah, schade, Tabea. Schade. Wo ist was? Ich zeige dir das nicht. Doch. Für die Zuschauer, damit die wissen, wo hier noch was war. Ah. Lol. Okay. Hätte ich noch nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Du hast mich runtergebracht. Ich habe nichts gemacht. Du hast mich runtergeschossen. Ich habe nichts gemacht. Das ist meine Schokolade. Ich habe mich nicht mal bewegt. Das ist meine Schokolade. Ja, ist doch okay. Hier. Hier, ich gebe sie dir. Bitte. Hallo. Oh mein Gott. Also, Tabea, wie viel Schokolade hast du? Jetzt 13. Tobias, wie viel Schokolade hast du? 9. Okay, ich habe 10. Das heißt, Tabea erster Platz, ich bin zweiter Platz und Tobias dritter Platz. Yeah. Ah ja, und ich habe einen Goldbarren, also bin ich erster. Gut, das war es mit der Map, Freunde. Kurz danach hat Tabea im Game-Mode, glaube ich noch, ich glaube, sie war im Game-Mode. Ich bin mir nicht sicher, noch nach den weiteren Schokoladentafeln gesucht und nach 5 Minuten hatte sie alle restlichen. Das heißt, wir haben alle 35 gefunden. Die letzten Schokoladentafeln, die uns gefehlt haben, waren einfach in den Luftballons oben, wo Tabea schon mal hingeflogen ist. Aber der hat die ja da anscheinend nicht gefunden. Da gab es ja auch richtig viele Luftballons. Also, ja, da muss man anscheinend direkt die richtigen finden. Aber ja, falls ihr noch weitere coole Videos sehen wollt, Freunde, schaut doch gerne mal hier vorbei. Da verlinke ich euch noch zwei coole Videos. Also schaut gerne da vorbei. Oder hier. Oder da. Oder auch da. Also, ist mir komplett egal. Aber klickt da doch jetzt irgendwo drauf. Was macht ihr noch hier? Äh, ja. Äh, tschüss!